Ein neues Osterpaket 2023 für die Betreiber von PV-Anlagen. 10 Punkte, ein Muss für jeden PV-Betreiber, Tipps und Tricks zum Steuersparen und wichtige Hinweise. In unserem Steuernest sind bunte Wissenseier drin. Und Sie werden es sehen, Solateure haben auch schwarze oder faule Ostereier verteilt. Mein Name ist Stefan Mücke und für den Fall, dass Sie Steuern zahlen, dann sollten Sie jetzt unseren Kanal abonnieren. Das Jahr 2023 hat mit dem Nullsteuersatz für die Lieferung von PV-Anlagen begonnen. Das betrifft die Umsatzsteuer. Zusätzlich haben wir im Dezember 2022 die Steuerbefreiung bestimmter Anlagen in der Einkommensteuer erhalten. Und das im Dezember rückwirkend für das ganze Jahr 2022. Das Gesetz ist heute über drei Monate gültig. Der Gesetzestext liegt quasi seit über sechs Monaten vor und das Bundesfinanzministerium kämpft mit sich selbst über das Gesetz, wie es zu verstehen ist und welche Folgen sich daraus ergeben. Das Faule daran, das BMF überlegt betreffend der Einkommensteuer über ein Gesetz, das es selbst geschrieben hat, das darf man gar keinem erzählen. Ich glaube, Herr Lindner, Sie müssen ein paar Eier in Ihrem Ministerium aussortieren. Das ist die Grundlage für unser heutiges Osternest. Schauen wir uns jetzt an, welche Wissenseier wir darin finden. Wer seine PV-Anlage in 2021 angeschafft und hoffentlich schon einen IAB vorher abgezogen hatte und in 2021 seine Sonder-AFA vollständig Geld gemacht hat, der kann seine Einkommensteuererklärung 2022 abgeben und von der Steuerbefreiung und der Verwaltungsvereinfachung profitieren. Ein Gewinn muss nicht mehr ermittelt werden. Sie machen in der Einkommensteuererklärung 2022 einfach keine Angaben mehr, als ob es keine PV-Anlage gäbe. Wer die Sonder-AFA nicht vollständig in 2021 genutzt hat, kann dies nachholen. Vorausgesetzt, die Erklärung ist noch nicht gemacht, Der Bescheid steht noch aus oder er ist unter dem Vorbehalt der Nachprüfung oder enthält eine entsprechende Vorläufigkeit. Die rückwirkende Steuerbefreiung in der Einkommensteuer 2022 hat keinen Einfluss auf die Umsatzsteuer 2022. In der Umsatzsteuererklärung 2022 erklären Sie, die Umsätze aus der Einspeisung und systembedingt als Korrektiv zum Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der PV-Anlage, den Strom-Eigenverbrauch. Bemessungsgrundlage ist nach Verwaltungsauffassung der fiktive Stromeinkaufspreis. Das ist quasi der Preis, den Sie auf Ihrer eigenen Stromrechnung des Energieversorgers stehen haben. Nehmen Sie den Nettowert. Wenn Sie Ihre PV-Anlage erst in 2022 angeschafft haben, dann wurden Sie von der rückwirkenden Steuerbefreiung überrascht. Eine geplante Sonder-AFA, die dadurch eintretende Einkommensminderung und die Steuerersparnis entfallen. Einfach so, rückwirkend durch das Gesetz vom 16.12.2022 zum 01.01.2022. Das Bundesfinanzministerium spricht von einer formell unechten Rückwirkung, wäre also alles gar kein Problem. Materiell wirkt diese rückwirkende Steuerbefreiung aber nicht unecht, sondern ganz echt, im Geldbeutel der PV-Betreiber. Auch wenn die Einnahmen zukünftig steuerfrei sind, so fehlt die für die Investition und Finanzierung einkalkulierte Steuerminderung. Jetzt in echt und nicht nur unecht. Schauen Sie, wer am 30.12.2021 die Anlage angeschafft hat, hat die Sonder-AFA hoffentlich vollständig genutzt. Wer die Anlage am 01.02.2022 im Glauben an das Gesetz, was an diesem Tag bestand, angeschafft hat, dem wird die Sonder-AFA von der Bundesregierung gestrichen, geraubt, obwohl beide Anlagen zukünftig steuerfrei sind. Wir wollen einen Musterprozess gegen diese rückwirkende Steuerbefreiung prüfen. Wenn auch Sie davon betroffen sind und Interesse haben, dann registrieren Sie sich jetzt kostenfrei und unverbindlich unter mücke.de Wer die PV-Anlage in 2022 angeschafft und in 2021 schon einen Investitionsabzugsbetrag abgezogen hat, der wartet genau wie wir auf die Positionierung des Bundesfinanzministeriums, was mit dem Investitionsabzugsbetrag passieren soll. Oder eine andere Frage, ob heute noch ein IAB für 2021 Steuermindern für eine steuerfreie Anlage 2022 oder 2023 gebildet werden kann. Beim Finanzamt Mitweida in Sachsen ist hierzu schon ein Einspruchsverfahren anhängig. Das Finanzamt will einen IAB nicht anerkennen. § 3c des Einkommensteuergesetzes soll das aus Sicht der Finanzverwaltung verhindern. Beim Investitionsabzugsbetrag haben wir also zwei offene Fragen. Kann jetzt noch ein IAB für 2021 gebildet werden? Und ist ein IAB 2021 wegen der Steuerbefreiung 2022 rückgängig zu machen? Unsere Antwort? Der IAB 2021 kann unter den übrigen Voraussetzungen auch jetzt heute noch gebildet werden und die Steuerminderung in 2021 müssen, ja, die müssen dem PV-Betreiber verbleiben, trotz der Steuerbefreiung ab 2022. Das Gesetz ergibt nichts anderes, auch weil es schlampig gemacht ist. Und es gibt auch noch ein Vertrauensverhältnis, ein Schutzbedürfnis, auch im Steuerwesen. Wir sind ja hier nicht auf einem ritterlichen Raubzug. Wenn Sie die PV-Anlage in 2022 für Ihr Privathaus angeschafft und von einem Solateur haben installieren lassen, dann sind Montagekosten entstanden, die als Handwerkerleistung zu berücksichtigen sind. Die in 2022 gezahlten Handwerkerleistungen führen unter den übrigen Voraussetzungen zu einer Steuerermäßigung von maximal 1.200 Euro pro Jahr. Das schlechte Gesetzeskonzept zur Steuerbefreiung macht es jetzt kompliziert. Soweit eingespeist wird und quasi Betriebsausgaben vorliegen, die dann dem Abzugsverbot unterliegen, ist vom Gesetz eine Ermäßigung ausgeschlossen. Und soweit Selbstverbrauch wird, liegt keine Betriebsausgabe vor und die Steuerermäßigung ist eröffnet. Wenn die PV-Anlage allerdings als Liebhaberei-Betrieb zu betrachten ist, dann liegen gar keine Betriebsausgaben vor. Volle Ermäßigung. Ein Glanzstück für Bürokratieabbau und Vereinfachung. Wir dürfen eine Vereinfachung dahingehend vom BMF erwarten, dass die Montageleistungen für eine steuerbefreite PV-Anlage vollständig als Handwerkerleistung zu berücksichtigen sind. Wenn Sie eine steuerbefreite PV-Anlage betreiben, dann sind die Einnahmen und Entnahmen steuerfrei. Egal, wann die Anlage angeschafft wurde, in 2022, in 2018 oder auch schon vor 10 Jahren. Egal ist auch, ob Sie einspeisen, ob Sie selbst verbrauchen oder richtig teuer verkaufen. Sie können also den Strom an den Ehegatten, der ein Gewerbe betreibt, richtig teuer verkaufen, bis zur Grenze der Angemessenheit. Als Angestellter verkaufen Sie den Strom an Ihren Arbeitgeber, teuerfrei. Oder natürlich auch an die eigene GmbH. Für 10 Cent herstellen, für 30 Cent verkaufen und steuerfrei kassieren. Die GmbH setzt die 30 Cent voll als Betriebsausgaben ab und spart nochmals Steuern. So werden steuerpflichtige Einkünfte in steuerfreie Erträge verwandelt. Apropos GmbH. Haben Sie eine GmbH und die GmbH ist selbst Betreiber der PV-Anlage? Glückwunsch! Auch für eine GmbH sind die Erträge aus einer begünstigten PV-Anlage steuerfrei. Aber das ist natürlich absoluter Blödsinn. Diese Befreiung ist sachlich nicht zu rechtfertigen und bringt auch keine Vereinfachung. Im Gegenteil, es wird kompliziert. Der Steuerberater darf jetzt eine Spatenrechnung durchführen, um aus dem Ergebnis der GmbH die steuerfreien Einnahmen und die nicht abziehbaren Ausgaben der PV-Anlage abzuspalten. Da reden wir schon wieder über das Glanzstück. Ein schlechtes Ei aus Berlin. Der Nullsteuersatz in der Umsatzsteuer gilt für die Lieferung oder aus Sicht des Betreibers für die Anschaffung einer PV-Anlage. Der Nullsteuersatz gilt nicht für die Besteuerung des Stromeigenverbrauchs. Wer als Altanlagenbetreiber nichts tut, der muss diesen Stromeigenverbrauch also weiterhin versteuern. Mit unserem Entnahmemodell können Sie sich die Umsatzsteuer auf den Stromeigenverbrauch durch einen einfachen Sphärenwechsel sparen. Das können gerne 2.000 bis 3.000 Euro ausmachen. Das Bundesfinanzministerium hat unser Entnahmemodell unter Berücksichtigung einer 90-prozentigen Schikanehürde anerkannt. Voraussetzung ein Batteriespeicher, ein privates E-Auto oder eine Wärmepumpenanlage. Die Anerkennung des Entnahmemodells durch die Finanzämter kann sicher als holprig bezeichnet werden und offenbart echte Know-how-Defizite in vielen Finanzämtern. Das Finanzamt Potsdam führt in einem ganz aktuellen Schreiben vom 31.03. aus. Die Rechtslage für Altanlagen, die ist eindeutig. Die PV-Anlage unterliegt im Zeitpunkt der Entnahme voll der Umsatzsteuer. Die von Ihnen zitierte Randziffer 7 des BMF-Schreibens bezieht sich auf die Randziffer 6, die neue PV-Anlagen thematisiert. Dabei sagt Textziffer 6 für Neuanlagen, dass gar keine unentgeltliche Wertabgabe vorliegt. Wie will dann Textziffer 7 sich nur auf Textziffer 6 beziehen, wenn dort ausgeführt wird, dass die unentgeltliche Wertabgabe dem Nullsteuersatz unterliegt? Richtig ist, Textziffer 7 bezieht sich auf Textziffer 5 und betrifft gerade die Altanlagen. Und auch der gesonderte neue Abschnitt 3.2 Absatz 3 des Umsatzsteueranwendungserlasses fasst es auch nochmals zusammen. Ehrlich, das, was wir hier erleben durften, das macht einem Angst. Und weil man glaubt, eine Person kann gar nicht so falsch liegen, waren an dem Schreiben wie üblich gleich zwei Personen beteiligt. Herr Co. und Herr Loh. Leider kein Einzelfall mit solch eklatanten Fehlbeurteilungen. Aber in der vergangenen Woche trafen wieder ganz viele Bestätigungen zum Entnahmemodell ein, verteilt aus ganz Deutschland. Ich glaube, wir können behaupten, dass der Damm der Ablehnung gebrochen ist. Und was dazu kommt? Die OFD Frankfurt hat uns gegenüber am 5.4. bestätigt, dass die hessischen Finanzämter angewiesen sind, das BMF-Schreiben anzuwenden. Und auch die OFD Karlsruhe hat in einer Mitteilung vom 31.03.2023 ebenfalls die Anwendung des BMF-Schreibens und die Entnahmemöglichkeit bestätigt. Und das Ministerium der Finanzen des Landes NRW hat nochmals nachgelegt und am 4.4. veröffentlicht, dass es auf die Art der Wärmepumpe für die Anerkennung der 90-prozentigen Schikanehürde nicht ankommt. Es wird auch bestätigt, dass keine Vorsteuerberichtigung nach § 15a vorzunehmen ist. Das stand auch schon in Textziffer 2 des BMF-Schreibens. Und auch der ursprüngliche Vorsteuerabzug nicht zur Diskussion steht. Ergebnis, wenn Sie Ihre PV-Anlage 2019 bis 2022 angeschafft haben, dann nutzen Sie unser Entnahmemodell und sparen Sie jetzt auch die Umsatzsteuer auf den Strom-Eigenverbrauch. Rückwirkend ist das nicht möglich. Wenn Sie aktuell keinen Batteriespeicher, kein E-Auto und keine Wärmepumpe haben, lehnt das Finanzamt die Entnahme allerdings ab. Die Rentabilitätsberechnung einmal ausgeblendet. Wenn die 90-prozentige Schikanehürde jetzt nicht noch fällt, dann bereiten wir eine Musterklage für diese PV-Betreiber vor und wollen zur Rechtsfortbildung bei der spannenden Frage der Willensentnahme in der Umsatzsteuer beitragen. Wenn Sie davon betroffen sind und Interesse haben, dann können Sie sich unter mücke.de slash pv minus Musterklage kostenlos und unverbindlich registrieren. Alternativ können diese Betreiber unser modifiziertes Übertragungsmodell aus dem Plattenberg-Modell nutzen. Betrachten wir jetzt einen Vollunternehmer. Eine Person, die schon aus anderen Gründen Unternehmer ist. Gemeint sind Personen, die noch ein anderes Gewerbe betreiben, zum Beispiel einen Handwerksbetrieb oder ein Rechtsanwalt ist oder ein Einzelhändler. Betreiben Sie als Vollunternehmer eine PV-Anlage, dann müssen Sie beim Netzbetreiber immer als Regelbesteuerer auftreten, sich die Umsatzsteuer vergüten lassen und diese an das Finanzamt abführen. Das gilt auch dann, wenn Sie die Anlage 2023 zum Nullsteuersatz angeschafft haben. Ihre unternehmerische Tätigkeit, die ist nämlich immer allumfassend. Als Vollunternehmer haben Sie halt mehrere Unternehmensteile und Sie müssen für die Umsatzsteuervoranmeldung die Umsätze aus den Unternehmensteilen, aus der Haupttätigkeit und aus der PV-Einspeisung zusammenfassen. Das können Sie vermeiden, wenn Sie die PV-Anlage über einen anderen Rechtsträger betreiben, zum Beispiel in einer Bruchteilsgemeinschaft, in einer GbR oder über eine andere Person, zum Beispiel in der Familie. Als Einzelunternehmer haben Sie übrigens ein Problem, wenn Sie Ihre Lieferkontakte nutzen wollen, um die Komponenten für Ihre PV-Anlage einzukaufen. Kaufen Sie nämlich auftrags- oder projektspezifisch die Komponenten ein, dann muss diese Lieferung zwingend zum Nullsteuersatz erfolgen, auch wenn Sie diese von Ihrem Großhändler einkaufen und der normal nur B2B tätig ist, also den Nullsteuersatz gar nicht auf dem Schirm hat. Werden Ihnen 19% Vorsteuer berechnet oder 19% Umsatzsteuer in Rechnung gestellt, dann sind Sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Wenn Sie als Nur-PV-Betreiber die Anlage vor 2019 angeschafft haben, dann vermeiden Sie die Besteuerung des Stromeigenverbrauchs ja einfach durch den Rückgang zur Kleinunternehmerregelung. Diese Möglichkeit bleibt den Vollunternehmern verwehrt. Um die Umsatzsteuer auf den Stromeigenverbrauch dennoch zu sparen, können diese Vollunternehmer unser Entnahmemodell nutzen. Tja, da gibt es zwei bis drei große Anbieter von PV-Anlagen, die ihren Kunden echt schwarze Eier, ja faule Eier, ins Nest gelegt haben. Betroffen sind die Betreiber, die in 2022 bereits Teile der Anlage installiert bekommen haben und der PV-Anbieter diese Leistungsteile als schädliche Teilleistungen zum Nachteil des Betreibers gestaltet hat, statt unschädliche Abschlagszahlungen zu nutzen. Steuerlich betrachtet kann man es nicht schlechter machen. Ganz fatal macht es ein Anbieter aus Baden-Württemberg. Obwohl hier steuerunschädliche Abschlagszahlungen vorliegen, behandelt er diese gegenüber dem Kunden als schädliche Teilleistung. Und die PV-Betreiber sitzen jetzt auf der Umsatzsteuer für den Leistungsteil aus 2022. Wir haben eine Vermutung, warum der oder diese PV-Anbieter das machen und wir wollen ein zukünftiges Video genau diesem Thema widmen. Uns gegenüber wurde bestätigt, dass alles seine Richtigkeit habe und dass dies auch durch Wirtschaftsprüfer geprüft wurde. Allerdings durften wir auch diese Woche wieder in der Presse zum Fall Wirecard lesen, was Wirtschaftsprüfer leisten können oder auch nicht leisten können. Der Einzelne tut sich schwer dagegen vorzugehen. Wir wollen jetzt zusammen mit einer Anwaltskanzlei eine Sammelklage in den Fällen prüfen, in denen in der Schlussrechnung 2023 die Umsatzsteuer aus Abschlagszahlungen 2022 nicht angerechnet wurde, obwohl es sich bei den Zahlungen in 2022 nur um pauschale Abschläge gehandelt hat. Wenn auch Sie davon betroffen sind, dann können Sie sich kostenfrei und unverbindlich registrieren unter mücke.de slash pv-sammelklage Ja, ich hoffe, Sie haben in unserem Osternest für PV-Betreiber auch ein Wissensei für sich finden können. Wir wünschen Ihnen ein echt schönes Osterwochenende. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Hinweise. Vielen Dank fürs Zusehen und Ihr Interesse. Alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen. Bis bald.